ja es ist 7 uhr 15 sonntagmorgen ich sitze in koblenz vor dem schloss hinter mir ist die skatebahn und koblenz liegt noch im schlaf und ich habe jetzt das vergnügen in aller stille durch koblenz zu fahren ohne großen verkehr ohne großen menschentrubbel und da bin ich mal gespannt was mich heute morgen so erwartet ich werde ein bisschen unten am rhein entlang fahren einmal quer durch die stadt und natürlich anschließend noch mal vor der rhein moselhalle das ein oder andere üben ich denke das ist bei den temperaturen ganz angenehm denn auch heute mittag soll es hier wieder über 30 grad werden und von daher ist es wirklich gut um 7 oder noch früher einfach hier in der stadt zu sein alles andere ist nachher auf dem video zu sehen bis dahin ciao also jetzt geht es erstmal in der rhein moselhalle vorbei zur linken und dann richtung rhein runter an den radweg und dann erstmal schöne tour richtung deutsches eck es ist ein herrliches wetter 20 grad kein wind perfekt kann man hier mal ein bisschen speed machen und wach werden so jetzt kommen wir an meiner treppe vorbei die gilt es irgendwann mal zu befahren das problem ist man kann sie nicht in einem stück fahren wenn dann alles alles oder nichts aber gut dann kommen wir noch hin so ansonsten ist hier unten nichts los alles ruhig alles gut ja deutsches eck ohne touristen aber mit vielen leeren flaschen also war hier gestern wieder ordentlich pete ja party time weiter an der mosel richtung innenstadt schauen wir uns das ganze mal an 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 Mal ein paar Runden rückwärts, kann ja nicht schaden, Platz frei. Aber die Kür kommt später. Jetzt geht's ab ins Parkhaus, weil man von hier aus sehr schön in die obere Stadt kommen kann. Ich liebe Parkhäuser, das ist einfach genial. Ich liebe Parkhäuser. Geniales Fahren in Parkhäuser. Meine eigene Session machen. Koblenz und die Parkhäuser. Ich bin gespannt, was die Kamera geht. Oh, doch angenehmer hier draußen. Koblenz-Löhr-Straße. Ziemlich verlassen. Nullverkehr. Lässt sie schön fahren. Ich liebe Parkhäuser. ина Mal schauen, ob der Südertemper auf ist, aber da kommt man sowieso nicht rein. Es ist halb neun, wir haben eine schöne Runde durch die Stadt gedreht. Einfach herrlich bei dem Wetter, ist noch nicht zu warm und man kann sich einfach frei bewegen, kann fahren wie man will und braucht nicht groß bremsen oder sowas. Schöne Geschichte. Jetzt habe ich meinen Kaffee verdient in Rosinenbrötchen und dann werde ich vielleicht noch ein paar kleine Übungen machen und dann geht es wieder nach Hause. Also, schöner Sonntag in Koblenz. Am frühen Morgen hat sich gelohnt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und dann geht es wieder nach Hause und dann geht es wieder nach Hause. noch ein nachtrag die letzte treppe war leider etwas zu hoch ich bin vorwärts runter gefahren und es hat mich zerlegt natürlich auch den schoner und mein knie sieht entsprechend genauso aus aber no pain no game das ist halt mein motto und leider ist es mal wieder daneben gegangen also nächste woche neue schoner bestellen und viel desinfektionsmittel was ich in zukunft einfach dabei haben will